Servus liebe Fußballfreunde, willkommen zu dieser Live-Schaltung. Weser-Bremen gegen FC Fürth. Larry Legs ist der Schiedsrichter und 5 Minuten sind bereits gespielt. Bibi Benni mit dem Ballverlust im Mittelfeld. Aber Makler konnte das Ganze ausgleichen, spielt ihn sofort schnell nach vorne und Bubba hat den Ball aufgenommen. Trippelt in Richtung Fürther Kasten. Die Seite nun alleine abschließend macht es auch ein Tor in der 13. Spielminute für den SV Weser-Bremen. Im Moment dominieren sie die 1. Liga hier auf dem 2. Server. Und da ist ein Foul von Fürth, aber Larry Legs sieht es nicht. Earl of Sheep mit dem Ballverlust. Das ist ein ruppiges Spiel, das sieht man schon nach 20 Minuten, ein Foul nach dem anderen. Aber der Schiedsrichter hat es nicht nötig zu pfeifen. Ein kleines Mittelfeldgeplänkel jetzt. Kann Fürth sich befreien und vielleicht den Ausgleich schaffen. 30 Minuten sind gespielt. Nein, Jockel mit dem Ball, aber Rumkla wieder mit dem Foul. Oh je, das ist ein stetes Hin und Her hier im Mittelfeld. Rumkla müsste abschließen und macht es auch. Nach 35 Spielminuten nun endlich der Ausgleich. Was macht Bremen? Haben sie eine Antwort darauf und das nächste Foul. Also beide Mannschaften nehmen sich hier überhaupt nichts. Und der erste Freistoß von Larry Legs gefiffen. Aber das hat überhaupt nichts gebracht. Und was macht Legs? Pfeift da zur Halbzeit? Ja, er tut es. Es hätte auch einen Angriff geben können von SV Wieser Bremen. 1 zu 1 trennen sich beide Mannschaften zur Halbzeit. Die Trainer haben weitere Anweisungen gegeben und es geht auch direkt los. Coolpommes mit dem Schlag in die Hälfte von FC Fürth. Und das Foulen geht eifrig weiter. Elos schiebt, so wie einige andere nun schwer am Pumpen. Bubba mit der Flanke. EG 5k mit dem Ball, aber wird böse umgerannt. Und da ist die gelbe Karte. Und es gibt Elfmeter. Die Stürmerin macht das Tor. In der 60. Spielminute verwandelt sie den Elfmeter zum 2 zu 1. Und SV Wieser Bremen wieder im Vorwärtsgang. Wieder mit einer Flanke, aber diesmal kommt keiner da ran. Das Foulen, das ist unglaublich. Und wieder Freistoß. Das gibt es doch gar nicht. Larry Lex müsste einfach mal ein paar rote Karten zücken, aber das liegt nicht in seiner Natur. Und da ist das 3 zu 1. Durch die Stürmerin von SV Wieser Bremen. 10 Minuten sind noch zu spielen. Passiert hier nochmal was? Kommt Fürth ran oder behauptet Wieser Bremen seine Führung? Pepe Ronny jetzt mit dem Ball für Fürth. Aber Magler kann den Ball abfangen. Und das nächste Foul. Fürth muss so grob spielen, damit sie überhaupt was nochmal versuchen können. Aber das wird nichts. Larry Lex pfeift das Spiel ab. Ja, dieses Spiel ist nun vorbei. Es war ein sehr hartes Spiel, kann man so sagen. Wieser Bremen mit sehr viel mehr Ballbesitz. 1 zu 4 Torchancen für Bremen. Und wir gucken uns schnell die Tabelle an. Bremen nun mit 5 Punkten Vorsprung. Eine Tordifferenz von 90. Dicht gefolgt von New Order mit 66. Den SDG-Tickers. Das weiß ich noch damals in meiner aktiven Zeit als Fußballer. Waren diese immer so 2. Liga, 1. Liga, 2. Liga, 1. Liga. Immer so im Wandel. Das war recht gut anzusehen. Denn FC führt Betola TC. Auch noch mit einer akzeptablen Tordifferenz. Denn auf Platz 6 Nachtsturm. Dark Forces, Outsiders. Die Dynamo Monarch sind auf dem respektablen 9. Platz. Mit einer Tordifferenz von 4. Dann kommt BW Sturm auf Platz 10. Danach kommt Zapfey mit minus 12. Danach Star Seto mit 24 im Minus. Neostars dahinter. Denn FC Aue war auf Diablo. Die Phantoms 2, Aka Auma und die Phantoms 1. Mit minus 85 in der Tordifferenz. Ja, das ist die erste Liga von Server 2. Visa Prim dominiert im Moment noch das Feld. Vielleicht kann New Order da ja noch näher rankommen. Wir dürfen gespannt sein. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.